E schlägt D4. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir unsere Figuren entwickeln und hoffen, dass wir es erleben. Das ist optimistisch, würde ich mal sagen. Wie macht man das jetzt am besten? Wahrscheinlich so. Wer hier ziehen? Ziehen kannst du nicht, leider. C4. Okay, zweiter Bauernzug. C müssen wir machen. Hast du missverstanden, Georg? Die OP hat schon gestimmt. Ich weiß nicht, ob es eine OP war, aber er war auf jeden Fall im Krankenhaus. Nee, dass Butscher auf Weltreise war, das hat Jana gefunden meinte. Also ich bin dran, ja. Du musst aufpassen hier. Nimm mal den, der ist solide. 10 schon relativ viel. Ich will auch nicht mehr. 10 schlägt D5. Okay, okay. Okay, den können wir auch noch machen. 5 haben wir, 5 müssen wir noch. Ui. A3. A3, ist auch immer ein guter. So, dann machen wir noch H3. 3 noch, 3. Easy. B3. B3, okay. Okay, okay. Also langsam müssen wir den Bauern jenseits der dritten Reihe stellen. Oh, er hat es schon abgewehrt. Ich mache mal den. Was? Das ist vielleicht das kleinste Übel. Okay, E schlägt D4. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir unsere Figuren entwickeln. Mit Vorteil. Das ist optimistisch, würde ich mal sagen. So. Aber es hätte schlimmer laufen können, denke ich mal. Es hätte schlimmer laufen können. Ja, so ähnlich wie Ceobrum, oder Chad? Ungefähr Ceobrum Eröffnung hier. Bringer E2. Okay, easy. Alles gedeckt. Wunderbar. Ja, das ist Theorie. Panther Chess. Da sind wir voll in der Theorie drin. Bringen wir mal den Springer raus. Passt doch soweit. Harmonisch. Ja, Jan, wie geht es dir? Was machst du? Ich sehe, du gehst voll nach vorne auf Twitch. Ich war vor kurzem auf deinem Kanal. 50.000 Follower schon. Schon beachtlich. Ja, dafür, dass ich vor zwei Jahren 48.500 hatte. Sieht man, sieht man, die Kurve geht steils nach oben. Wie meinst du das? Du streamst doch nicht schon zwei Jahre. Doch, doch, doch. Tatsächlich schon zwei Jahre. Nein. Mit Janis Tanty TV? Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Nein, das ist crazy. Das hätte ich niemals gedacht jetzt. Echt? Seit zwei Jahren schon? Okay, wow. Ja, ja, ja. 50.000 auf Twitch. Fast 20.000 auf YouTube. Also die Weltherrschaft ist mir gewiss, denke ich. Na gut, ich meine, der Trend stimmt, ne? So, du bist dran, glaube ich. Ich habe auch übertrieben. Ich glaube, ich habe nicht 20.000 auf YouTube. Läufer E3. Ja, sieht solid aus, oder? Alles verteidigt. Ah, gerade so. Gerade so. Ja. Ah, okay. Krass. Aber wie, du meinst, da ist jetzt nicht mehr so viel Wachstum in der letzten Zeit, oder was? Ja, ich habe festgestellt, ich war gut im Twitch-Game, aber ich habe festgestellt, drei Wochen nach Thailand fahren und sich nie melden, ist gar nicht der beste Move für dieses Twitch. Aber kann man ja, kann man sich nicht von abhängig machen. Ey, Nelly, kann ich die Kamera verstellen. Oh, der war nicht so gut. Ähm, hält die Anrichtung. Ist hier die Anrichtung. Meine Kamerafrau. Ne, bist du wieder zurück? Macht hier komische Moves. Ein bisschen so, dass hier nicht mit ist. Ich habe auch gerade einen komischen Move gemacht, muss ich gestehen. Ja, vielleicht ungenau. Ja. Na gut, Läufer schlägt dir fünf von Trocken. Und beten, ne? Oh je. Ich war zu gierig, dachte, komm, snacken wir mal einen, aber ja. Ja, drei Wochen warst du in Thailand. Okay, ja klar. Das ist ja so ähnlich wie Butch, also. Ja, wir haben uns nicht getroffen. Ich hatte ja zwischendurch auch gehört, Slash verbreitet, dass er einen Cannabis-Shop in Chiang Mai aufgemacht habe. Oh ja, der Läufer darf weiterleben. Das ist doch nett. Ja, aber unsere Stellung ist trotzdem nicht so. Ja, auf jeden Fall brauchst du ein bisschen Druck. Aber, naja, müssen wir durch. Läufer schlägt C6. Achso, ich bin noch dran, ne? Aber ja. Achso, ja. Ich glaube, ich habe auch nicht. Damach, fünf Schach, war ja ein leichtes Problem, dass wir schnell da was tun. Da müssen wir, da müssen wir was tun, ja. Schlagen und beten, wiederum, ne? Das ist die Strategie. Ihr habt euch nicht getroffen in Thailand, seltsamerweise. Ja, das war schade, was wir machen. Und bei dir bist du, bist du, in Berlin bist du, warum nicht, wie sonst, in Kolumbien, irgendwie, in der Karibik? Ja. Bauer nach D5. Ja, probieren wir es, ne? Ne, generell bin ich eigentlich schon immer bis Weihnachten in Berlin. Aber ist jetzt auch nicht klar, ob ich dann im Januar abhaue. Hätte ich natürlich schon Lust, ne? Wenn man jetzt gar nicht so richtig vor die Tür hier vernünftig kann. Das ist schon extrem. Aber, oh, jetzt geht er nach vorne. Jetzt geht er uns an. Eieiei. Dann schlagen wir mal nicht den Turm, sondern lieber in den Läufer. Ja, genau. Ja, mal sehen. Aber klar, ich würde jetzt nicht so viel halten in Berlin unbedingt. Naja, mal sehen. Berliner, habt ihr es gehört? Berlin-Hass. Das ist eher Winter-Hass als Berlin-Hass. Ja, so geht es mir, ehrlich gesagt, auch. Ich kommentiere zum Glück im Dezember noch dieses Turnier in Sitges vor Ort. Ich hoffe, da ist noch besseres Wetter. Ja. Ich mache nur noch Jobs in der Wetterlage jetzt. Können wir auch hier kurz darauf harten? Kurz darauf harten und wiederum beten, ja. Weil wenn er jetzt hier auf G3 steckt, wird es, glaube ich... Ach, alles im Griff. Ah, vielleicht können wir dann, ja... Oh, er macht's. Ja, ja. Ja, ja, du bist ganz entspannt mal wieder, ne? Das ist wie immer. Nein, ich habe ehrlich gesagt Turm H1-Schach übersehen in einer Variante. Aber... Aber ich glaube, wir können... Können wir... Können wir und beten? Ist das wieder unsere Strategie? Ja, ja. Und dann E4 vielleicht? Ja, ja. Wie gesagt, ich habe Turm H1-Schach übersehen in einer Variante. Vielleicht wäre ich ja nicht der Einzige. Okay, ich versuche noch herauszufinden, welcher. Zum Beispiel nach E4 Turm H1-Schach. Oh. Oh, okay. Ja, wir müssen... Also, wir dürfen vielleicht nicht zu viel verraten, ne? Sonst, äh... Wenn er mithört... Naja, das reicht ja noch nicht. Hier E4. Okay. Okay, okay. Heißen Tee trinken, Kekse backen und draußen wunderbar. Winterlandschaft. Ja, ich... Zumindest, wenn es schneit, ist es ganz hübsch. Das stimmt. Ist doch herrlich. Ja, ich meine, für ein paar Tage okay, aber so für mehrere Monate ist dann eben schon ein bisschen Matsch. Ja, Läufer C5 hier, Turm H1 wäre ein richtiger Knaller gewesen. Um dann noch E4 zu schlagen und Läufer C5 zu spielen. Aber jetzt sind wir am Leben. Maybe. Maybe not. Doch, doch. Bin ich dran? Bist du dran? Keine Ahnung. Du bist dran. Okay. Okay. Tja, Springer dazwischen oder König nach vorne? Das ist die große Frage hier. Müssen wir ein bisschen rechnen. Das ist natürlich alles on the edge, sag ich mal. Aber ich sehe keinen Matsch und ja, gut. Gehen wir nach vorn. Siehst du einen Matsch? Nee, ich habe jetzt auch nicht danach gesucht. Aber nee, wir haben noch viele Figuren. Wir haben einen Turm mehr und es droht auch sowas wie Dame D8 mit direkter Liquidierung. Insofern, ja, Tobias, seid OMG, seid ihr am Jammern. Ja, ja, das können wir gut, das Jammern. Das können wir gut. Ich habe noch kein Wort gejammert. Also bitte, bleibt dabei, dass nur Niklas rumjammert. Jonas will jammern nicht, ne? Nein, nein, nein. Was ist das so, Feuerwehr-Odo? Okay, nehmen wir den mal weg. Jetzt ist der Turm wieder angegriffen. Und ich glaube, es geht nicht weiter. Dame C7, ja, ja, ja. Sprenger. Sprenger vor. Alles easy. Turm wiederum angegriffen. Wir haben einen Turm mehr. Ja, hat sich veropfert, Linian, aber er war auf einem guten Dampfer, muss man sagen. Er war, hätte den Knockout-Punch. Ja, als ich Tom H1 gesehen habe, habe ich mich ein bisschen erschrocken. Aber auch hier ist, glaube ich, noch zu früh zum Feiern. Können Sie doch ein bisschen offen. Ja, aber wir haben den Sprenger und der ist der beste Freund. Na, das wissen wir doch. So, wer ist dran? Ich oder wie? Nee, 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 ich bin dran. Okay. Ich sag mal, Turm H1. Ah, den wollte ich auch spielen. Wir sind einer Wellenlänge her. Schön abtauschen. Ich weiß nicht, ob das besonders gut war, aber... Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Wir wollen auf die achte Reihe kommen. Was soll er machen hier? Hm, schwierig. Gut, er gerade ist teuer. Kann er G5 machen vielleicht? Der könnte ein bisschen problematisch sein. Aber ich glaube, dann können wir auch schlagen. Ah, wir sollten gut aus der Sache rauskommen. Letztendlich. Ist das der Leguan-Modus? Ja. G5, hört er zu oder war es der Schlingel? Hört er zu. Gute Frechheit. Okay. Komm, wir sammeln noch mehr Material ein. Wir werden das noch ein bisschen Gas geben, ne? König G2. Ja. Ersetzt uns nicht, Matt. Wir gehen in die Ecke. Es gibt kein Schach mehr. Und das war's. Damen und Läufer sind nicht genug für unsere Armee hier. Und jetzt geht's gleich andersrum. Mit Ron-Matt. Ja. Ron-Matt. Das würde ich dann mal machen. Was? Ich war dran. Ich war dran. Damit der Acht. Du hast doch Mathe gesagt. Okay. Puh. Challenge geschafft. Knappes Ding in den Linien. Ich zeige euch nochmal den Special-Taktik, den unser Gegner hatte. Siehst du? Also erstmal hat er hier war das hier. Hat er sich unseren Läufer schnappen. Ja. Den Läufer schnappen können, den ich dort eingestellt habe. Oh, hier stehen wir sogar schon besser, wenn wir kurz Hochhade spielen. Ja, so kann's gehen, ne? Ich hatte Angst vor GH4 und solchen Sachen. Naja, aber das war natürlich nicht die Lösung. Ja. Ja, seitdem ging's ein bisschen bergab. Da hat vieles richtig gemacht, aber hier. Oh, Turm H1 ist gar nicht so stark. Da mit B6. Äh, Turm H1 gewinnt nicht? Ja, Turm H1 gewinnt. Ach, Turm F2. Was? Turm F2 rettet? Also nach Läufer C vom Schach. Du siehst ja gerade nicht das Brett, ne? Nein, nein. Ich kann folgen. Okay, Turm F2 schlägt. Turm F2 ist ja insane. Läufer F2, Turm H1, Springer G1. Springer G1 ist gar nicht mal so viel besser für Schwarz. Okay, das ist ja komplett crazy. Stattdessen sollte Schwarz damit B6 spielen. Okay. Kümlich G2 und dann Turm H2, G2. Okay, und wenn der Springer dazwischen zieht, dann Läufer E5. Ja, sehr präzise hier. Na gut, hat er verpasst? Und dann war es ausgeglichen und dann selbst mit dem Turm weniger noch ausgeglichen, wenn er nicht da mit C7 Schach spielt. Aber Turm H8 ist jetzt nicht so leicht. Und dann hier haben wir das Ruder übernommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon, findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.